Ich bin mir nicht so sicher, wie gut ich hier zu sehen bin. Oh shit, ey. Guten Tag und herzlich willkommen zurück in der Evolve Alpha. Ich snacke wieder fröhlich hier vor mich hin und sprinte jetzt nach Möglichkeiten mal ganz schnell irgendwo hin. Und zwar in diese Richtung. Das ist meistens die beste Richtung. Habe ich so gelernt. Wenn ich überhaupt irgendwas hier gelernt habe in dem Spiel, dann ist es das. Und ich glaube, das ist sogar Mist, den ich hier gelernt habe. Oh, was soll's. Ich bin Monster und mir kann ja niemand etwas anhaben, außer die Hunter. Die Jungs fangen da oben an, soweit ich weiß. Insofern, vielleicht ist die Methode, dass man einfach sich in der Nähe der Hunter aufhält, gar nicht mal so blöd. Die dürften eigentlich nicht erkennen, wo ich langgelaufen bin. Hoffe ich zumindest. So. Dich verprügel ich mal. Euch verprügel ich auch. Und jetzt esse ich erstmal fröhlich. Hunter sind wieder nirgends zu sehen. Beziehungsweise noch immer nicht. Ich hoffe, es bleibt auch so. Oh. Oh shit. Versuche mich zu fassen, dass die mich hier erwischt haben, ey. Okay, sie versuchen mich zu slowen. Das eher schlecht, möchte ich meinen. Einfach mal ein bisschen sprinten jetzt. Schneller, schneller, schneller. Hier einmal hoch. So. Okay. Ich scheine sie losgeworden zu sein. Jetzt nur nicht irgendwelche Vögel hausschrecken oder so. Oh shit. Da hinten ist jemand. Psst. Sei doch mal leise. Okay, da vorne. Bin mir nicht so sicher, wie gut ich hier zu sehen bin. Oh shit, ey. Ach du Kacke, ey. Hoffentlich sieht Daisy mich nicht. Lauft weiter. Lauft weiter. Alter Vater. Oh, bloß nicht bewegen. Können wir mal weiterlaufen jetzt? Ey, wieso bleibt ihr denn die ganze Zeit hier? Das gibt's doch nicht. Shit. Fuck. Lauf. Schleller in der Möglichkeit. Dankeschön. Gucken, ob ich eventuell wieder mich davon, davon schleichen kann. Nein. Es sieht nicht so aus. Dann machen wir das anders. Ich muss rennen. Ich muss definitiv rennen. Und zwar nach Möglichkeit. So schnell es geht. So. Ich hau jetzt mal hier richtig weit weg ab. In der Hoffnung, dass sie mich nicht wieder erwischen. Ich muss dringend was fressen. Ich muss dringend ein bisschen was aufbauen. Lass doch mal stehen hier, Säcke. Wollt ihr mich feipeln? Ist nicht erwischt. Dieses Mal aber. Und dieses Mal nicht. Okay, bei den Vögeln wieder vorsichtig sein. Ups. Ich fürchte, der Baum war ein bisschen laut. Und die Vögel sind gerade auch recht schlecht. Also sprinte ich mal kurz hier zwei, drei Meter weg. Shit. Sie haben mich schon wieder, ey. Das gibt es doch einfach nicht. Das ist doch einfach nicht zu fassen, ey. Ich bin eben auch tierisch rot, ne? Muss man einfach mal so sagen. Komme ich hier durch? Nein, hier komme ich nicht durch. Das ist schlecht. Das ist mehr als schlecht. Komm hoch hier. Shit. Ich komme nicht hoch. Hier vielleicht? Ja. Hier komme ich hoch. Das ist gut. Schön weiter schleichen. Shit, wieder die Vögel. Oh, fuck. Oh, nee. Da unten ist jemand. Oh. Okay, wir sind direkt neben mir. Hahaha. Das ist so ein Katz-und-Maus-Spiel. Hey, ey. Das ist der Knaller. Das macht so unglaublich viel Spaß. So weh, du greifst mich an. Das wäre echt doof. Für mich. Was ist das eigentlich für ein Sound? Ich habe keine Ahnung. Hätte ich gesagt. Okay, da hinten sind sie. Komme ich hier hoch. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Und sprinten. Shit. Nein, nicht die Vögel. Fuck, 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 fuck. Ein bisschen schleichen. Ich muss dringend noch ein bisschen was fressen, um evolven zu können. Und weg. Alter Vater. Ich muss weg hier. Ich muss vor allem mal evolven. Hoffentlich werden die jetzt von dem Monster da angegriffen. Meine Verfolger, das wäre schön. Shit, Vögel. Dammter Axt, ey. Okay, so. Ich riskiere es einfach mal. Vielleicht ist es ja sogar die vernünftige Stelle hier. Ich werde einfach mal die ganze Zeit jetzt auf der Flucht sein. Und mal versuchen, sie erst anzugreifen, wenn ich Level 3 bin. So, und hier hoch. Genau so, hier nochmal hoch. Zack. Da ist eine Trap. Sieht zumindest so aus. Okay, kann ich hier fressen? Ich hoffe, ich kann hier vernünftig... Da ist jemand. Dass das Monster auch so laut sein muss die ganze Zeit. Okay, jetzt muss ich vorsichtig sein. Nicht, dass die Jungs und Mädels jetzt genau ankommen, wo ich hier das dicke Filet töte. Da kommen sie auch schon. Das ist ja nicht zu lassen. Mal gucken. Versuchen wir einfach mal kurz hier ein bisschen auf Konfrontation zu gehen. Zumindest ein bisschen. Okay. Du musst sterben, ich sehe das schon. So. So. ARD Text im Auftrag von Funk Nix hier, wiederbeleben. So. Problem ist, ich kann momentan nicht evolven. Ich muss jetzt ganz dringend ganz viel essen. So viel wie nur geht. Natürlich nichts zu fressen, weit und breit zu sehen. Ich glaub's. Da. So, du Kackvieh. Bleib mal stehen jetzt. So, schön ein bisschen wieder was aufbauen. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Die Konfrontation war jetzt nicht so geil, muss ich sagen. So, Freunde. Jetzt haben wir wieder das Vogelproblem hier. Aber gut, wir haben zumindest ein wenig... Smell-Range ist increased. Das ist ja äußerst praktisch. Ich sehe momentan nirgends die Hunter. Das ist gut. Schlecht ist, dass ich die Vögel aufgeschreckt habe. Dann schrecke ich jetzt die einfach auch nochmal auf. Das ist eigentlich so wild. Kann ich euch eigentlich töten? Mist. Okay, da sind noch ein paar Monster, die ich nach Möglichkeit jetzt mal schnell fressen werde. So. Und jetzt darf ich Evolven. Und das mache ich auch direkt mal ganz schnell. Zack. Oh shit. Nein, ey, da ist direkt jemand. Ich kriege die Krise. Jetzt kann ich nichts machen. Ah. Das gibt's einfach nicht. Das könnte noch ein bisschen besser gemacht werden, ehrlich gesagt. Da muss ich ehrlich gestehen, wäre es schön, wenn man tatsächlich da ein bisschen schneller beziehungsweise ein bisschen besser Evolven könnte. So, Nummer 2 ist auch tot. Ich bin mir ein bisschen sicher, ob ich das hier jetzt noch hinbekomme. Es könnte knapp werden, möchte ich meinen. Komm schon. So, er ist auch tot. Komm schon, stirb. Daisy, nein. Daisy, nein. Daisy, nein. Daisy, nein. Daisy, nein. Daisy, nein. Fuck. Daisy hat tatsächlich wiederbelebt. Nicht zu glauben. Aber Daisy ist jetzt tot. Und das ist sehr gut. Jetzt muss ich nur noch ihn hier bekommen. Zack. Puh. Das war eine spannende und geile Runde. Ich hatte richtig Spaß, ey. Meine Fresse. Ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Als Monster ist es schon echt immer wieder extrem geil. Wir sehen uns das nächste Mal hier in der Evolve Alpha. Ich freue mich riesig drauf.